Bits und so kommt heute Abend von Unterstützung von Jimdo, wenn ihr eine Website bauen möchtet und das am besten, am liebsten nicht selbst machen möchtet, dann könnt ihr die Hasen vom Jimdo dazu engagieren. Super Hasen. Euch die, der Jim und die Du, der Jim, die Du? Ich weiß es nicht, ich logge mich einfach da bei Jimdo.com ein und ich denke gar nicht mehr über die Hasen nach, muss ich gestehen. Ich denke viel über die Hasen nach, weil de.jimdo.com slash Bits und so, dort könnt ihr den Chatbot benutzen, den Dolphin Creator und einfach nur drei Fragen beantworten oder ihr nehmt den ganzen Baukasten und habt ja dann Jimdo Pro, Jimdo Business und die größeren Pakete immer mit 20% Rabatt, Gutschein, Code Bits und so und dann könnt ihr dort mit den mobilen Apps reinschreiben, mit dem Browser, so visivigmäßig an Ort und Stelle in die Seite reintippen und das kapiert eigentlich jeder und auch wenn ihr das an Freunde, Verwandte weitergebt, dann der Jimdo Support, der nimmt euch dann auch wiederum den Support für eure Freunde, Verwandte ab. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, dieses Problem, Website von Bekannten wegzuschieben zu Jimdo. Das ist auch die Lösung für Website selber hosten und Quatsch damit machen, wegzuschieben zu Jimdo. So mache ich das nämlich, weil ich keinen Bock auf den Mist habe. Ich möchte einfach, wenn sie es mal was reintippen und wenn nichts ist, dann läuft es einfach und ne. Kein Docker, kein Linux. Ja, das ist manchmal einfach sehr gut. Ich kann das, aber ich möchte das nicht immer. Genau. Für viele einfache Dinge, für einen einfachen Shop, für ein einfaches Blog, für eine einfache Geschäftswebseite, E-Mail, Domainservice, alles dabei. de.jimdo.com, spitze und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So. So.